jo leute herzlich willkommen zu einem neuen part tagtchen und ja heute welch vier vier abenteuer in der trampolin den trampolin bergen hier ist so ein komischer see in der mitte ist voll komisch so ein goldsee sieht so aus und wir sehen ja schon die komischen schönen käfer die uns bespaßen die bespaßen uns nicht wir sind keine perversen schweine die münzen einsamen wir brauchen jede münze denkt dran wird doch nicht game over wir dürfen nicht game over gehen und dann regst du nicht wieder keine zeit mehr was haben es jetzt vier münzen braucht wenn du einmal gestorben ist ich achte auf die zeit gar nicht also hier sieht man schon mal hier ist der erste stern nicht richtig geil wir haben keine items merken ist ja warst du die alle eingelöst warte mal da ist bestimmt noch was um drauf man unterstöre ich alle die blöcke naja hätte ja was sein können ja bäume ich obwohl die bäume nerven ein bisschen das ist natürlich kommt nur ein item raus ist richtig fair ich hab's verdient ja weil ich die meisten münzen eben eingesammelt habe egal ich gehe auch über heute vielleicht muss ich einer hier einstellen der einer und den anderen scheiß stachelkäfer ja die man den anderen ja es kommt nicht rüber nein es geht nicht er warst du schon bei dem baum hier vorne jetzt langsam müsste mal erste stern kommen achte den rein was sind das denn da hast du erst so ein ding rausspringen oder was aktiv kommt ich auch schon so als video warte hier oben ist noch was du musst hochkommt hier ist bestimmt noch der stern drüber ach die fungieren als trampolin nein ach du musst das musst du mit hoch nehmen du musst einem top ach so oder spring doch einfach mal auf mein kopf oder ein einer um ist nichts die fungieren als trampolin deswegen heißt ja auch trampolin der lebe naja stimmt wer heißt die trampolin trampolin abenteuer nein warte ich nicht weil ich punkte geil bin sondern weil ich münzen gelbe ist heißt nein weil ich alten gelben ich kann mache immer manchmal ab und zu auf dem gamepad da oben ist was da oben ist was aber hier hat das auch schon drauf da kommen wir aber noch hin oder springe auf mich drauf ich bringe auf dich drauf nein das geht nicht da kommen wir noch hin mensch am wenig zeit nehmen wir sterben vielleicht noch an der zeit nein ja doch doch das sind diese mini spiele da fing jetzt das ist so peinlich ich weiß ich wie viel dinge auf mir ist einfach nur drauf springen und schmeißt es weg ja wir haben ja nein nein wir brauchen wir noch ein leben haben und es ist doch scheiße geschafft ich habe den level außerdem noch haben wir wenigstens die goldene fahne sehe ich dann jetzt in den spiel verkappen ist und ist vorling der stempel ruhig na geil was bringt uns jetzt in stempel ich noch mal den schweiß level ist etwas von den 100 prozenten und jetzt brauchen wir echt jetzt wie gehen die jetzt zeigt mir mal die funktionieren so und dann sprichst du trauen ja und es wird immer noch ein stern da war das drin oder wie funktionieren die jetzt wegen zwei sterne dann holen wir den flashback part aber der einkommen jetzt noch holen oder ja meinst ein pilz alter bei uns riskate haben wir sie zuhause hätten schon die hälfte von den stempeln oder oder haben die ganz große stempel die kleinen kommen erst noch ja komm mal wenn wir jetzt wenn wir den der welt ausspielen können die alle auch spielen wenn sie gehen jetzt erstmal zum rätsel ja rätsel haus der macht das stimmt aber jetzt hat schon nichts so was gemacht da machen wir jetzt rätsel haus das kann man zusammen machen ich würde mich stellen raserei im rätsel haus also irgendwie ich weiß ich ob es gleiche beschreiben ist fünf sterne wieder los geht's ich bin nicht schlecht zehn sterne zehn letztes mal war ich bin noch schneller als letztes war waren es fünf letztes mal waren es fünf letztes mal waren es fünf das bringt das wenn sie mich aber dafür sind es ja einfach nur mini speed also letztes mal waren es fünf aber sie an sie an sie an sie an alter dumme zwei grunde burscht doch ist nicht verdient das ist einfach da kann man richtig kriegt man richtig viele sterne geschenkt also mit luigi ist es ja ein warte 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 das ist jetzt weil ich dir stellen war unnötig der sterne zu einfach das ist den vormachen hätte aber das ist so dass uns solche geschenken jetzt kommen vielleicht die schwierigen sterne halt wird sie nicht gekriegt die ist so langsam ich bin einfach drüber nein bist du schlecht bist du schlecht wie schade aber immerhin kannst du die grünen sterne behalten die die bisher eingesammelt hast versuche auch die übrigen sterne zu ergattern aber du musst jetzt die stern nicht mehr waren doch die erscheinen automatisch glaube ich habe ich nicht mal richtig abziehe ja ist die kacke wieder genau wieder richtig fass mich doch mal nicht an der level kommt als nächstes mit diesem walzen habe ich schon geguckt das richtig nice mann hier bin ich noch klein das hier ist die unnötigste sache hier sind nicht mal gegner jetzt mal nicht das war das doch eben auch als das nur zum einführen des faktors das hier finde ich am behinderten kommt ihr schon warte du musst ein bisschen worten jetzt kommt nicht da haben wir beim vorletzten packt ja ach nee das kommt weil du auch gestorben ist aber egal hier ist eigentlich das gleiche prinzip auch wir haben bloß jetzt nicht drauf geachtet bei uns die kugel willis katzenkugel willis uns abgelenkt haben what the fuck ja okay das war jetzt schon ein bisschen schwieriger ich bin davon auch nicht so schwer aber trotzdem bin ich der pro ich habe jetzt zwei minuten verloren aber eigentlich davon halb durch haben wir jetzt eine minuten stellen wie lange machen eigentlich den port 20 jahr 20 na kommt auch an die lange bübel kommt drauf an die lange bürger weiß was machen wir noch also also rätselhaus haben wir auch komplett damit haben wir 100 sterne oh mein gott und genau perfekt natürlich hast du die goldene fahne was für eine verarschung kann es eigentlich alle sterne eingesammelt im letzten rätselhaus gab es nur fünf und kann es eigentlich alle sterne ein jahr nein da geht man nach unten da war doch eben noch und hier ist eine röhre ja da sind dings wir müssen wir besiegen können jetzt eigentlich auch noch machen ich muss erst mal nötigerweise die münzen sammeln aber verstehen wir haben ja wenig leben 99 münzen haben wir welt 4b das erste versteckt der feuerbrüder nein bitte nicht er gibt es doch schon mal wir mussten doch schon mal gegen feuerbrüder kämpfen aber es war glaube ich habe mitten im ender was dafür kriegt man 100 sekunden wir haben 10 gebraucht na wenn du klein bist ich bin und alleine spielt zwischen vor allem feuerwellen ausweichen wurde eben vielleicht ich hätte ich auch 50 und natürlich gewinnt der pro hier im rhein wien ich glaube eben auch 1700 noch besser was kriegen wir dafür ist ein level oder zu haus den zirkus ist das total ist es nicht dafür kriegen wir endlich mal okay okay wir müssen ja eher das entscheidend auch so in den stempel das ist auch irgendwie unnötig das ist ungefähr die hälfte lieber dass wir bisher haben uns wird der haben wir ja auch und haben wir die auch in er guckt mal jetzt auf die übersicht bitte ich mache ich mache also noch mal in jeder welt gibt es auch noch so ein haus außer in der ersten welt der ersten welt haben wir alles in zweiter hat haben wir alles in der dritten welt haben wir alles hier gab es auch wieder aus 1000 da das heißt uns fehlen noch zwei level ja und zwei den einen der den vier welt 4 3 haben wir komplett eigentlich nur wegen den stempel den wollen wir auch noch schaffen und wollen wir den jetzt zwei level 100 prozent und dann noch zwei kommen wir den der wir jetzt mit dem stempel jetzt machen nein warum nicht das ja wohl könnten wir noch das ist doch die neuen fall die neuen ja dann ja bekommen das denn noch einmal wird wieder mal ein halber für der speck kam ist ja egal umso besser wenn wir machen jetzt weil ein zwei level wir haben jetzt zwei level gemacht mit dem ein ähm ich höre das ja wir doch nicht haben wir das jetzt so ungefähr gemacht ja aber das ist eben so weil ich höre es nicht nach dem von mir aus macht und ich kann eigentlich ja nicht auf dich und du sagst dann was ich mache das jetzt hier auch wobei den stellen haben wir ja eh schon was du bleib ach so was du denn die die machen sich da nicht im blase ja du bist hervorgelaufen ja ich dachte wer der heute ja du bist der feuer cheater hier mit seinem scheiß und sprung hier gegen einen der einigen wow was war scheiße du hast ja vier das gute kann ich erst mal positionieren tätig sollte durch die blase machen machte ich im blase gemacht ich denke ich eine unnötig ab das ist doch mal nicht an ja mann jetzt haben wir reingekriegt weil wir schon so viele haben mach du es mach du es doch nicht ein blase ich habe ich noch nicht im blase wir sind aber nicht wir müssen immer los oh nee wir dürfen nicht sterben wir machen das jetzt einfach ja probierst du bist du bist komm schluss oh nee hier sind wir geringe nein ich kann auch zurück dass noch eine kirche das ist schon die mitte gemacht weil wir sind im reihe nachhaltig ist das da erster auswählte deswegen wenn ich nicht mehr bei den schweißen anhand der nicht heute in der karte ich bin nicht schlecht bei einer nicht weiter ja nur versuchte das amal du bist hier gestorben erinnern ja ich habe die musik nicht außerdem ich habe mich im blase gemacht nur in dieser blase jünger das war eine Spannendorf noch nicht aus das wäre es gewesen und wir können das auch so machen dass du mir den die Kopfhörer gibst dann ich das machen ich weiß doch auf die Munzen nein die brauchen wir hallo am Ende verkacken wir das eine nach der Hälfte noch und wir gehen dann geben aber das brauchen ist jetzt danke ich war ein bummerang ich weiß aber es wäre deswegen ich habe mich bei dem boom ja weil ich bin meiner blasen bisschen abgelenkt was doch um wenn gemein jetzt kommt ja wenigstens jetzt der speckpart machen der bestehen wobei ich komme hauptsache sterben ist nicht wobei gar mehr die mitte jetzt was mich nicht an das bin ich nicht und ist es nicht nur die zeit brauchen jetzt auch keine kurschen machte ich muss mich hier selbst positionieren ich war der zimmer die zeit nehmen die musik muss ich habe gesagt erwarten jetzt 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 du sagst jetzt ja ja jetzt ist er auf der plattform gemacht ich wollte mit mädchen ja natürlich sagst du wieder die punkte ein damit du die krone kriegst wo auch mit ihr garantiert nicht sonst sage ich das würde als kleiner reich ich die fahrende das weiß auch kein kinder spiel nach außerdem was die mitschinger schiebt ja stimmt ich habe nicht hier überspringen für dich was ein bisschen schwäger gewesen ja das warst du mit diesem part willkommen eine kirsche es macht laxfax froh ja und dann würde ich sagen nächstes mal geht es weiter mit welt 4 ja ich werde ihn dazu zwingen genau wie ich ihn irgendwann mal zwingen will da zwingen dazu länder ich werde ihn was zwingen dazu stände zu spielen ja 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 dunkel ja aber auch mal weil es noch mal weil es aber damit ist kann nächster part wird ja okay dann war's das mit diesem mal diesen part schalt auch morgen wieder ein wenn sie da heißt super mal trieb wird oder wenn das wenn der part ist am wochenende kommt oder wenn heute zwei von kommen dann schreibt noch heute also tschau er wie gesagt gibt den abruf an findet in der playlist tschau